Ah, yeah, yo, what get up? Heute ist Montag, das heißt, wir ziehen uns hier wieder irgendeinen lustigen Quatsch rein, damit wir an diesem Tag wenigstens doch irgendwas zu lachen haben, weil Montag ist ja meistens eher so, naja, du weißt Bescheid, ey, und ich würde sagen, ich habe was Lustiges rausgesucht, hoffe ich zumindest, ich habe das Video natürlich vorher noch nicht gesehen, weil sonst bleibt ja der Effekt weg, ich würde sagen, ich haue euch das Intro rein und wir gehen direkt rein ins Video, bis gleich. So Mädels, wir sind am Start, Idiots at Work, Januar 2019, Compilation, ihr seht das schon oben, ich hoffe, dass das ganze Ding gut ist und, äh, ja, wir werden uns das jetzt mal zur Gemüte führen, ich sag mal, ab dafür, wa? So, let's go. So, warum ist hier kein Ton? Gut, ähm, ja. Video wollte mich einfach nur verarschen, Video hat keinen Ton, also zumindest der Anfang nicht. Ja gut, der ist auch ein bisschen schnell unterwegs, der Mann, ne? Was willst du sonst dazu noch sagen? Okay. Alter! Guck mal. Der hat das Rohr durch seine Leiter gebaut. Ey. Ey. Stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn los mit dir? Mein Gott. Crack. Bruder, es gibt Leute, die rauchen Crack. Ach, das ist ein Tier. Oh mein Gott. Voll geil, Alter. Wie kann man so eine Angst vor sowas haben? Was war das? Ein Biber oder sowas? Abkippen. Und runter damit. Was könnte da jetzt schief gehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Ding kippt einfach nur um. Okay. Oh mein Gott, Alter. Lass die Hydraulik durch, Junge. Das war's. Meins wie das klatscht, wenn du daneben stehst. Oh, geil. Geil. Entweder fliegt ihm der Bagger da runter oder der ganze Kram kippt in die Grube. Der ganze Kram kippt in die Grube. Und tschüss, Siggi. Letztes Mal hatten wir auch ein Schiff-Fail dabei und der war gut. Alter, fährt der da rein? Fährt der da rein? Na gut, ich mein, so einen Port kriegst du nicht so schnell gestoppt, ne? Power, Power! Power! Power, Power! Siggi! Bremsen! Siggi! Uli, pass auf! Alter. Aber der... Der gewünschte Knalleffekt ist jetzt ausgeblieben, muss ich sagen. Okay. Oh, die Jungs, die haben Kraft in der Arme. Dann siehst du direkt. Er muss einfach nach Hause heute. Er muss einfach gehen. Okay. Was macht der denn da? Nein! Alter. Junge. Lieben Gruß, geht da raus an die BG. Arbeitssicherheit war an dieser Stelle definitiv völlig gegeben. Oh, guck, guck, hey, Schio, wo ihr lichtdruck ist hier. Wow. Wunderlich. What the fuck? Wolfgang, pass auf! Er hat ne Reifen verloren! Oh, Gott, pass auf! Ach, du Scheiße, der hat ne Reifen verloren! Der hat ne Reifen verloren! Alter. Alter. Was für ein alter Schröbel, Junge. Hoffentlich klappert das einfach... Ha, 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 ha! 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 Das senkt, Junge! Ha, ha, ha! Oh! Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich freue mich immer, wenn jemand knallt, zerberstet und kaputt geht. Oh, der ist jetzt weg! Ach so, da ist der Mann vom Anfang, glaube ich. Der ist ja super geschnitten, Bruder. Oh! Oh, 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 oh! Devon den ra fire ot. Oh, Meng modern-D λ JOHN! Oh, du Hördl. Oh Gott. Was hat er gesagt? Kameraartgarde. Da wäre ich mir processen. Der f жен ist, wenn er er in dem plat ple蛇 verχtでした. Ich bin drin. Oh, vas"; Alter. Der Tropfen höhlt den Stein. Boah. Junge, hast du das gesehen? Pass mal auf jetzt. Der Stein. Alter. Das ist ja so heftig. Guck mal, wie... Junge. Was machst du, Siggi? Nice. Der fährt wahrscheinlich wieder unter irgendeine Brücke, die nicht hoch genug ist. Bitte. Jawohl. Da klappert der ganze LKW auseinander. Nice. 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 Aber wahrscheinlich, ihr müsst überlegen, der Mann, der da gerade arbeitet, wahrscheinlich ist der gar nicht so blöd, sondern das Ding ist einfach nur kaputt und der hat keinen Bock, einen Schraubenzieher zu holen oder so. Dem ist doch wahrscheinlich gerade kaputt gegangen, der Teil. Hoffe ich zumindest mal. So, da wird einmal die Reling abgeräumt. Und der Uli kann dann gleich kommen und dann sauber wischen. Alter. Hoffentlich knallt der jetzt schon wieder. Die Hydraulik sich verabschiedet. Nein, der kippt einfach um. Okay. Schön. Schön. Gut. 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 So, Briefe rein und dann? Schnauze voll oder was? Völlig die Schnauze voll. Ich geh jetzt. Ich glaub das jetzt nicht, alter. Oh, ich bin. Baaah. 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 Alter. Boah, Junge, das ist richtig disgusting. Baaah. Was stimmt denn mit der nicht? Ich glaub das nicht, ne? Gerade, das ist zu heftig. 1-0 für Glasbau Gerber, Alter. An der Stelle möcht ich noch mal jemanden grüßen. Digga, wenn du das Video siehst, wo es genau um scheint. Hahahaha. Ich bin sehr dankbar, dass Dinge nicht mehr als schlimmer waren. So weit wie die Dämpfe, die heute Morgen geht, was du sagst, ist eigentlich ein Hund. Ähm, kommt in die... Hä? War zu hoch für mich. Ich hab gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. Das ist mega geil. Okay. Hahahaha. 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 Renn noch einen hinterher. Tschüss, Kiss. der hat nur einen richtigen kampf zu kämpfen gehabt anscheinend achte denn da hat er denn dein an warum film die immer alle mit dem taschenrechner ist wahrscheinlich ein hund ja die schwer nach hund aus ja gut also zehn fragen an ex neonazi nice doch das war auch schon wieder ich würde sagen wenn euch das gefallen hat ist sowieso alle bescheid ein like ein daumen ein like ein daumen ist nicht dasselbe spaß die alter ein kommentar schreiben daumen nach oben geben und für all die anderen wer noch nicht abonniert hat kann das gerne jetzt machen wer bock hat und wer nicht dann halt nicht instagram facebook twitter unseren quatsch ist alles im ersten kommentar angepinnt und ich würde an dieser stelle sagen la vida locker adios motherfucker peace schau